Wenn du mir schon eine Weile folgst, dann weißt du ganz genau, das Coaching, das Body & Soul Coaching ist meine Hauptdienstleistung, unser Hauptprodukt hier, wie wir Frauen langfristig helfen, sich wohlzufühlen, Fett zu verlieren und ihren Körper so zu formen, wie sie sich das vorstellen. Wenn du dementsprechend auch schon mal auf unserer Website warst oder auch mal bei Instagram und bei TikTok und so weiter folgst, dann siehst du immer wieder das eine Wort und zwar Potenzialanalyse. Und heute möchte ich mit dir in diesem Video darüber sprechen, was das überhaupt ist, was wir da machen. Und ja, was dich da erwartet. Wenn du auf unserer Website bist oder auch schon mehrere Videos von mir angeschaut hast, dann weißt du, dass ich immer wieder sage, klicke mal auf den Button zu einer kostenlosen Potenzialanalyse, weil da prüfen wir, ob eine Zusammenarbeit zwischen dir und uns bzw. mir Sinn ergibt. Das ist im Prinzip auch das ganz grob schon mal zusammengefasst, warum wir das machen. Wir möchten halt prüfen, ja, in mehreren Schritten, ob du zum Coaching passt, ob wir zu dir passen. Das ist mir extrem wichtig in meiner Arbeit. Das heißt, das Ganze läuft folgendermaßen ab. Du, angenommen, du hast ja jetzt auch schon ein paar Jahre irgendwas ausprobiert, du hast eine Diät gemacht, du hast dies gemacht, du hast jenes gemacht. Und irgendwann kommst du idealerweise zu dem Entschluss, okay, ein langfristiges, ganzheitliches Coaching ist die einzige Lösung, die eigentlich Sinn ergibt. Dann machst du folgendes, dann gehst du auf die Website sonjataucher.de und dann siehst du überall den Button kostenlose Potenzialanalyse. Wenn du da draufklickst, dann siehst du, dass dir ganz viele Fragen gestellt werden. Und das sind Fragen, die für uns, also mich und mein Team, ganz, ganz wichtig sind, um zu wissen, was ist dein Ziel, wie lange versuchst du das schon, was glaubst du, was dich bisher gehindert hat, dieses Ziel zu erreichen. Das ist nämlich im späteren Verlauf auch sehr, sehr wichtig, um zu schauen, okay, stimmt das wirklich, weil, Spoiler, meistens stimmt das nicht und etwas anderes hindert dich eigentlich, dein Ziel zu erreichen. Aber diese Fragen zu beantworten, beziehungsweise für uns zu wissen, was sind die Antworten auf diese Fragen, sind erstmal super, super wichtig. Wenn du alle Fragen ausgefüllt hast in diesem Fragebogen, dann schickst du das ab und dann kriegen wir natürlich eine Benachrichtigung und sehen, okay, da hat sich jemand eingetragen und dann lesen wir deine ganzen Antworten erstmal durch. Und dann kommt es halt eben darauf an, also wir schauen halt schon mal grob, was bist du wohl für eine Person, bist du jetzt nicht unbedingt super jung, also eine 14-, 15-, 16-Jährige nehmen wir meistens nicht auf ins Coaching, weil da einfach die nötige Reife noch nicht so vorhanden ist. Hast du die passenden Ziele, also suchst du auch nach einer langfristigen Lösung, passt es so vom ersten Eindruck, also stimmen die bestimmten Kriterien, also können wir dir wahrscheinlich bei deinem Ziel helfen, passt du ins Coaching, scheint es aber auch von dem, was man bisher so erkennen kann, wie man so schreibt, scheint es vielleicht auch auf eine persönliche Ebene zu passen, scheinst du aber auch Zeit, Energie und Geld bereit zu sein, zu investieren, das ist natürlich auch eine wichtige Komponente. Das heißt, wir prüfen schon mal die ersten Kriterien, ob die so stimmen. Wenn alles bis dahin stimmt, dann wirst du angerufen und dann machen wir mit dir die sogenannte Potenzialanalyse. Das klingt vielleicht ein bisschen fancier, als es eigentlich ist. Wir quatschen einfach kurz mit dir. Wir quatschen fünf bis zehn Minuten am Telefon mit mir. Entweder mache ich das persönlich oder meine Mitarbeiterin macht das mit dir. Warum machen wir diese ganzen Schritte? Also auch dieses erstmal ausfüllen und dann abschicken und dann erstmal angerufen werden und dann quatschen und dann irgendwann ins Erstgespräch bei mir zu kommen, das ist dann der nächste Schritt. Warum machen wir diese ganzen Schritte? Naja, weil wir wirklich sicher gehen wollen, dass du zu uns passt. Weil nur so kann ich garantieren, dass du auch dein Ziel erreichst. Wenn ich das gar nicht sicher weiß und irgendwann merke, boah, das Ziel stimmt gar nicht so richtig mit dem überein oder mit meinem Betreuungskonzept oder was auch immer, dann kommst du eventuell gar nicht zum Ziel. Das heißt, dein Nutzen ist natürlich auch, okay, wenn ich mich vorher intensiver mit dir oder mein Team intensiver mit dir befasst habe, dann kannst du auch am Ende des Tages wirklich sicher sein, zum Ziel zu kommen. Also es hat eigentlich für beide Seiten nur einen positiven Effekt. Außerdem kannst du dich auch nochmal wirklich ganz klar reflektieren, wenn du diese Fragen aufschreibst, okay, was sind wirklich genau meine Ziele? Was denke ich hat mich bisher gehindert? Das ist nämlich sehr, sehr, sehr spannend auch für dich und mich zu wissen. Ja, das heißt also eigentlich ist auf beiden Seiten ein wirklich großer Nutzen von diesen mehreren Schritten. Ja, dann im kurzen Telefongespräch, also der Potenzialanalyse, sprechen wir einfach kurz mit dir, weil wir dich ja auch wirklich kennenlernen wollen, weil wir deine Stimme hören wollen, weil wir gucken wollen, okay, wie tickt die Person? Passt die wahrscheinlich auch? Weil das ist auch super wichtig im Coaching auf einer persönlichen Ebene zu uns. Und wenn du mich nicht persönlich am Telefon hast, sondern einer von meiner Mitarbeiterinnen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wenn du dich mit denen verstehst, dass du dich auch mit mir verstehst, weil wir sind hier alle so ziemlich im gleichen Vibe und du brauchst da auch gar keinen Respekt davor haben. Wir quatschen einfach ganz, ganz locker mit dir. Wir wollen dich kennenlernen. Wir schauen, okay, was hast du bisher so alles gemacht? Was sind deine Ziele? Das dauert in der Regel fünf bis zehn Minuten. Dann stecken wir natürlich auch schon mal so ein kleines bisschen mehr Kosten ab, weil wenn wir dann schon ein bisschen mehr was über dich erfahren haben, dann können wir meistens auch sagen, okay, es hört sich so an, als würde eine Betreuung für dich so und so lange wahrscheinlich Sinn machen, kostenmäßig sich in dem und dem Rahmen bewegen. Also das können wir ganz oft schon am Telefon ganz kurz abstecken. So, und wenn bis dahin immer noch alles stimmt, von deiner Seite und von unserer Seite, dann geht es weiter ins Erstgespräch bei Zoom, also per Videocall mit mir persönlich. Und da nehme ich mir dann eine halbe bis dreiviertel Stunde nur Zeit, um mit dir wirklich ganz genau über deine Ziele zu sprechen, um dir ganz konkrete Fragen über dein Ziel zu stellen, über deine Vorerfahrung. Was hast du die ganzen letzten Jahre gemacht? Womit bist du jetzt unzufrieden? Was möchtest du verändern? Damit ich ganz genau einschätzen kann, wie ich dir helfen kann. Und dann gibt es natürlich auch einen konkreten Schritt-für-Schritt-für-Schritt-Plan. So helfe ich dir. Die nächsten Monate sehen so und so aus. Das kostet natürlich dann Summe X und so weiter. Das klären wir alles im Erstgespräch und starten dann natürlich auch optimalerweise sofort ins Coaching. Warum machen wir im Prinzip diese drei Schritte, also dieses Ausfüllen, das Telefongespräch, die Potenzialanalyse und das Erstgespräch? Naja, weil wir einfach sicher gehen wollen, weil wir wirklich sicher gehen wollen, dass du ein geiles Ergebnis hast. Wir könnten auch einfach sagen, okay, wir gehen mal random jetzt hier mit jedem ins Erstgespräch, aber das wäre für dich eventuell Zeitverschwendung, für uns natürlich auch. Und wir wären am Ende des Tages gar nicht sicher, ob du wirklich auch ein richtig geiles Ergebnis hast. Und im Endeffekt konnten wir jetzt über die letzten zweieinhalb, drei Jahre hunderte von hunderte, hunderten von geilen Transformationen hinlegen, weil wir eben diese ganzen Schritte gehen. Weil wir eben sicher sind, okay, die Frau passt wirklich zu uns. Die hat Bock darauf umzusetzen, die hat auch Bock darauf, Zeit, Energie und Geld zu investieren und uns hunderttausend Prozent zu vertrauen, weil nur wenn das gegeben ist, können wir Vollgas geben. Ja, ich hoffe, in diese ganzen Schritte ist jetzt ein kleines bisschen mehr Klarheit gekommen. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie mir gerne unten in die Kommentare oder so. Ansonsten, ja, wenn du jetzt so ein bisschen vielleicht auch die Angst davor oder den Respekt davor verloren hast, trag dich gerne ein in das Formular für eine kostenlose Potenzialanalyse, damit wir halt, du weißt jetzt die Schritte prüfen können, ob eine Zusammenarbeit eventuell Sinn macht. Da würde ich mich sehr auf dich freuen. Ja, ich hoffe, dass ich mich sehr aufhören. Vielen Dank.